Willkommen in diesem schicken Cougar Titanium 2x4. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Auto aus Wismar. Der Motor dieses Cougar ist Schadstoffarm Euro 5 und bekommt die grüne Plakette. Dank niedrigen CO-Ausstoßes ist die Steuer gering. Die Spiegel sind beheizt und elektrisch anklappbar. Mit Parkpilot vorne und hinten und einem Parkassistent parken Sie spielend einfach ein. Abgedunkelte Scheiben sehen schick aus und lassen die Sonne draußen. Die 17 Zoll Alufelgen unterstreichen den Offroad-Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Sportsitze bieten viel Komfort und Seitenhalt. Fußmatten und Einstiegszierleisten gibt's dazu. Für Sicherheit sorgen sieben Airbag ESP sowie der Bergfahrassistent und die heizbare Frontscheibe. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Das CD-Radio hat auch eine Bluetooth-Frei-Sprechanlage vom Typ Sync. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Muskulös, sportlich und dynamisch. Mit diesem Kuga werden Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert, hat der Wagen zwei Jahre Garantie europaweit und ist erweiterbar bis zu fünf Jahren. Kommen Sie vorbei und fahren Sie in Probe. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen.